Du bist nichts gegen ihn! Sebastian würde sowas niemals tun! Wie kannst du dich mir widersetzen? Hey, Glühwürmchen! Du? Was soll denn das hier werden? Ich genieße gerade nur die Bewunderung deiner Cousine und du bist als nächster dran. Ich will aber nicht warten, klar? Hm, kleiner Mann, großes Maul, du hast ja keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast! Wenn ich raten muss, bist du eine Art Energiewampir, der sich von der Bewunderung anderer ernährt. Und ein Armleuchter. Hey, wow, gut geraten. Tja, wenn man den Job schon so lange machen darf wie ich. Witzig, Zeit, dass du in den Ruhestand gehst! Von wegen! Jetzt wird's doch gerade erst richtig heiß! Mehr hast du nicht zu bieten? Ich werde gerade erst warm! Das schon wieder? Wie armselig! Da muss schon mehr kommen, wenn du mich... Hinzischlauch! Du wagst es, Hand an mich zu legen? Oh, Mr. Morningstar, kann ich Ihnen aufhelfen? Ich brauche nur einen Snack. Vielen Dank. Warte! Nicht! Er wird dich... Er kann mich nicht bewegen. Ich sollte dir danken. Ich hatte bisher noch keinen Anlass, so viel aufzusaugen. Du hast keine Ahnung, wie sich diese Kraft anfühlt. Oh, hey. Fingst du das etwa gerade? Das alles? Oh nein. Ah, noch mehr Energie. Gegen mich hast du keine Chance. Ich werde hier jeden einzelnen Arm zapfen. Lass weiterlaufen. Solange er die Energie dieser Leute absaugt, ist er unverwundbar. Es sei denn, du stürst ihm das Rampenlicht. Ich kann's versuchen. Ja. Ja. Seht mich an! Hey! Hey, Leute! Ich bin viel cooler als dieser Michael Morningstar. Und... Ab damit! Beeindruckend! Ich gebe zu. Das hat gekitzelt. Aber... Wow! Seht mich an! Seht mich an! Wow, dieser Feuertyp ist echt der Hammer, oder? Findet ihr Inferno nicht auch richtig cool? Was? Was machst du da? Hör auf, mein Schild! Na! Verzieh dich! Hol dir deine eigenen Fans! Nee, deine sind mir lieber. Nein! Feuerkerl geht voll ab! Hey, ja! Auf geht's, Feuerkerl! Ja! Ja! Das hat wehgetan, du Trottel. Wenn ich dich in die Finger bekomme, werde ich... Ah! Meine Hand! Danke, danke. Ihr seid wundervolle Fans. Das sind meine Fans. Ihre Verehrung versorgt mich seit Jahrhunderten mit Energie. Ich lasse nicht zu, dass du sie mir stiehlst. Jetzt ist es! Gute Nacht, Morningstar! Ja! Ha! Das Publikum liebt mich! Gute Arbeit, Ben! Wer hätte gedacht, dass ich so eine Rampensau bin? Ihr jubelt ernsthaft für diesen billigen Amateur! Ich glaube, wir sollten verschwinden. Nein, nein! Lass weiterlaufen! Ich bin der Star! Stark! Entschuldigung, ich vertrete... Ähm, ich meine, ich vertrat Mr. Morningstar. Das Gleiche würde ich gern für Sie tun. Mir gefällt Ihr Style. Ich denke an Werbespots, Filme, Fernsehserien. Nein, danke. Was? Wollen Sie etwa kein Star sein? Hä? So einer wie der da? Maske. Ich brauch die Maskenbildnerin. Nee, ist nicht mein Ding. Warten Sie! Können Sie mir den Kristalltypen vorstellen? Ben, das war super! Hinter der Kamera ist es spannender, als ich dachte. Ich glaube, ich werde mir die ersten beiden Filme ansehen. Lass das lieber, Opa Max. Die Bücher sind besser. Na gut, dann gehen wir jetzt eben an den Strand. An den Strand, los, an den Strand! Ben Tennyson, wir werden uns wiedersehen. Michael, ich meine Mr. Morningstar. Mir ist egal, was die anderen sagen. Kann ich ein Autogramm haben? Aber natürlich, ich...